servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wir haben heute wieder weekly reset also das format in dem ich euch zeige was es in dieser woche in world of warcraft so alles zu tun und zu lassen gibt wir haben ja relativ viel vor uns es gibt drei neue promotions in dieser woche eine davon ist stand jetzt sogar schon aktiv wir haben wieder oder immer noch von letzter woche ein seltenes spielzeug was ihr euch ergattern könnt über eine quest welches noch diese woche aktiv ist wir haben natürlich die üblichen verdächtigen mit mythic plus und so weiter und so fort dementsprechend würde ich sagen wir labern nicht groß drum rum sondern fangen direkt an kurz zuvor gibt es aber noch eine botschaft von meinem partner holy holy energy ist die alternative zu herkömmlichen energy drinks ohne zucker ohne künstlichen bullshit in zahlreichen leckeren geschmacks sorten ist holy energy die perfekte alternative für euch wenn ihr energie braucht aber auf zucker kalorien ein koffein crash und so weiter und so fort verzichten wollt zubereitung ist ganz einfach wasser in den shaker gerne ein paar eiswürfel dazu pulver drauf einfach mal kurz schütteln und fertig ist euer leckerer energy drink für unterwegs wenn ihr aber sagt ich möchte nicht zu viel koffein zu mir nehmen dann hat holy auch eistee im sortiment gibt es ebenfalls in zahlreichen leckeren geschmackssorten und das beste sowohl das energy drink als auch den eistee gibt es in probierpäckchen also checkt die links in der video beschreibung und meine codes da könnt ihr noch mal ordentlich was sparen und ich wünsche euch ganz viel spaß mit holy so damit fangen wir auch direkt an erstmal das was ich erwähnt habe mit den promotions das findet ihr gerade oder findet gerade noch statt bis zum ich glaube 26 märz über twitch prime kriegt ihr oder prime gaming kriegt der aktuell den wappenrock des frosts also wenn ihr das gute stück euch sichern wollt habt ihr jetzt knapp einen monat lang die gelegenheit dazu muss halt kunde von amazon prime sein ansonsten kriegt ihr das ding nicht mehr außer ihr habt glück und findet es im black market auction house und so weiter und so fort aber ja das ist zumindest gerade der einfachste weg ansonsten hatte blizzard noch zwei weitere promotions angekündigt für diese woche die werden glaube ich am ersten dritten enthüllt und ich gehe sehr stark davon aus dass es damit zu tun hat zum einen wo w shop zum einen weil dieses zwielicht paket mit dem 29 februar also heute aus dem shop geht ich denke da wird irgendwas neues kommen und jemand von euch meinte gestern in den kommentaren richtigerweise dass ja auch bald das promo event zum geburtstag von hearthstone ansteht also gut möglich dass auch dafür dann am ersten märz was angekündigt wird da wollte uns blizzard ja noch mehr informationen geben daran hatte ich schon gar nicht gedacht sehr guter einwand also ich denke irgendwie sowas in der richtung wird es am ende werden so wir fangen ansonsten wie immer ganz entspannt erstmal an mit einem blick auf den kalender und sehen ja aktuell ist nicht so viel los in wo w das wird sich denke ich bald ändern mit patch 10.2.6 und was noch allem so ansteht wir haben am sonntag den dunkelmond jahrmarkt der wieder losgeht ab 0 uhr 1 könnt ihr bis samstag 23 uhr 59 also dem 9. märz den dunkelmond jahrmarkt feiern dann die portale dazu ihr könnt euch entweder in okrema oder sturmwind direkt hin teleportieren lassen oder vor den toren von donnerfels oder von sturmwind für allianzler kommt ihr zum markt könnt spiele spielen preise gewinnen etc pp und am interessantesten ist finde ich immer es gibt diesen 10% ruf und ep buff den könnt ihr dann wieder nehmen falls ihr schneller leveln wollt oder sonstige dinge einfach angehen möchtet aber ansonsten ihr seht es ist der kalender relativ leer wir bekommen morgen neues sortiment für den handelsposten das nicht vergessen dementsprechend heute habt ihr noch einmal die gelegenheit euer reisetagebuch zu füllen und euch items zu kaufen die ihr vielleicht noch nicht habt die ihr gerne haben möchtet also haltet euch daran um 5 uhr morgens resettet der ganze bums am ersten märz also ein bisschen zeit habt ihr noch aber auch nicht mehr so viel dementsprechend lasst es euch eine warnung sein ich glaube zumindest gerade da vieles sehr sehr valentinstags spezifisch war auch was das transmog set und so weiter und so fort angeht gehe ich mal davon aus dass die sachen nicht allzu schnell wieder kommen werden vielleicht nächstes jahr zum valentinstag oder so aber ähm ja wer es nicht riskieren möchte der greift halt jetzt direkt zu ansonsten werfen wir einen blick auf die weekly quest kasra von den harten draconiden möchte dass wir 10 arena geplänkel gewinnen damit kann er sich mal schön das ding in den ne schieben ich glaube das machen die allerwenigsten gleichzeitig habt ihr den buff hier zeichen des geplänkels durch arena geplänkel erhalten eine ehre um 50 prozent erhöht aber weiß nicht auch was ich so an rückmeldungen von euch bekomme ich glaube diese geplänkel interessieren halt mittlerweile absolut kein schwein mehr oder nur noch sehr sehr wenige leute deswegen weiß ich nicht ob das jetzt so ein richtig geiles weekly event ist also da ist es jetzt auch eher so ja auf sparflamme geköchelt dazu haben wir noch die rauferei gravitationsverlust im auge des sturms wo ihr alle weiß nicht 60 sekunden oder so in die luft geschmissen werdet und euer standort im auge des sturms durchgewechselt wird ähm ist ganz cool macht spaß aber ja lockt jetzt auch keinen glaube ich so krass hinter dem ofen hervor dass er nur dafür sein abo wieder raus holt dann haben wir mythisch plus die affixe tyrannisch wir haben unkörperlich und wir haben boshaft ähm tyrannisch und boshaft an sich nicht die schwierigste kombination passt einfach auf ähm dass ihr euch nicht vor allem als melee von den geistern weglasern lasst oder weg kloppen lasst viel eher die aus den körpern von besiegten gegnern rauskommen und körperlich ist da halt schon ein bisschen ekliger das sind diese ads ein bis zwei stück spawnen die müssen cc'd werden wenn sie kommen ansonsten wenn sie durchcasten ähm kann das zumindest wenn beide durchcasten ein wipegrund sein für eure gruppe egal ob beim boss oder beim trash dementsprechend ähm keine ahnung als druide solltet ihr mitskillen sowas wie überwintern ähm wirbelsturm funktioniert auch hält aber kürzer an deswegen überwintern als traktor des schlafwandeln oder traumwandeln wie es heißt ähm hunter die eistrap als schurke könnt ihr blinden und was weiß ich nicht alles machen also worauf ich hinaus will fast jede klasse hat irgendwie ein cc womit man die dinger die halten 20 sekunden komplett im cc halten kann deswegen skillt das nach möglichkeit mit es macht es für eure gruppe auf jeden fall ähm wesentlich einfacher wenn sich nicht einer oder zwei personen um das ganze cc kümmern müssen sondern wenn das alle in der gruppe machen können ähm dementsprechend haben wir mythisch plus abgeklärt ansonsten wie gesagt es ist wirklich echt eine relativ dünne woche im smaraggrünen traum ja das übliche gedöns ne world boss die weekly quests ein würdiger verbündeter und so weiter und so fort mittlerweile sind wir aber auch an einem punkt wo glaube ich die meisten leute schon alles haben und das im traum auch nicht mehr so viel bringt was noch neu ist in dieser woche diese abzeichen hier also alle traumwappen und so weiter und so fort haben kein cap mehr ähm da hatte ich ja auch schon ein video zu gemacht aber wenn man ehrlich ist bringt das zum jetzigen zeitpunkt überhaupt noch was also ich bin weitestgehend ausgegiert und war schon seit fünf wochen oder so nicht mehr am cap mit den aspekt wappen also profitiere ich davon jetzt überhaupt nicht mehr für twinks ist es denke ich auch ziemlich egal weil wer jetzt mit einem twink rein startet der hatte vorher über 1400 punkte gehabt die er sich da hätte reinsnacken können also es ist glaube ich in die richtung gegangen nicht gemeint schlecht gemacht hätte wahrscheinlich eher früher kommen sollen oder gleichzeitig mit einem buff dass wenn ihr ein gewisses item level auf einem char habt dann irgendwie für twinks 50 oder 100 prozent mehr wappen droppen irgendwie sowas in die richtung so ist es glaube ich nicht ganz so nützlich aber ich wollte es nicht ganz unerwähnt lassen dementsprechend schauen wir noch mal rein in die alten gebiete was ich gesagt hatte da hatte ich auch ein video zu gemacht sucht mal nach kosumoth der hungernde die world quest müsste noch aktiv sein die musste man halt freischalten auf den verheerten inseln müsste noch eine woche gehen da kann man ein seltenes mount drüber ergattern aktuell dünnschlinger kraulok ist noch nicht aktiv und im dalaran der verheerten inseln haben wir immer noch die quest teil um teil da könnt ihr das habe ich letzte woche schon vorgestellt ein relativ seltenes spielzeug ergattern ähm äh tatsächlich habe ich vergessen wie es heißt ähm aber das müssen wir mal gucken das hier kristalline auge von und ravius ähm seht euch das auge um eine welt zu sehen in der die dämonen den krieg der ahnen gewannen ähm ist nur noch diese woche aktiv die quest ist in einem pool mit glaube ich noch elf anderen die sind jeweils zwei wochen aktiv heißt es dauert wieder ein paar monate bis ihr dann diese quest bekommen könnt das spielzeug sorgt dafür dass alles so aussieht als hätte damals die brennende legion den krieg gewonnen den krieg der urahnen heißt es ist alles grün meteoriten fallen vom himmel ich meine auch gelesen zu haben dass npcs ähm wichtige npcs in schreckenslots und so weiter und so fort verwandelt werden also ist ganz cool hat einen relativ einzigartigen effekt dementsprechend wenn ihr das ding jetzt haben wollt holt es euch ansonsten müsst ihr wieder fünf monate warten und ansonsten kann ich nur noch mal drauf hinweisen blizzard hat diese woche neben dem spiel so sachen angekündigt wie neue heldentalentbäume und so weiter und so fort die findet ihr auch auf meiner website g6gaming.com und so weiter und so fort und natürlich auch in den vergangenen videos also wer da keine news und so weiter verpassen will sehr gerne den kanal abonnieren dann seid ihr immer up to date und damit würde ich sagen lassen wir es an dieser stelle gut sein ich bedanke mich recht herzlichst bei euch fürs zusehen bis zum nächsten video habt eine gute zeit und reingehauen bis zum nächsten video 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 bis zum nächsten video